wow mit welchem auto oder zu fuß ich steig lieber ein auto man weiß ja nie steigt ein bisschen dallye jetzt boah alter komm schon steigt doch ein ich dachte er wär schon halb drin so jetzt mal jetzt sind wieder bestimmt die bullen hinter mir her ach ja klar genau als ob ich da jetzt rausfahren würde ganz ehrlich als ob ich da jetzt rausfahren würde sind jetzt mal weg ach nein die warten hier noch man und jetzt schreibt mich natürlich auch prompt für die falsche richtung ja komm komm übertreibt es mal nicht bitte leute oh ich kann nicht so viel auf einmal na komm 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 einfach drauf halten okay der ist weg okay warte das taxi kann erst ruhig noch explodieren oder ich war ganz am rand hier lang weil ich will nicht dass mein wagen dadurch zerstört wird oh schön er hat hier noch ein wagen mit genug türen der noch einigermaßen in schuss ist äh alter manche leute boah ohne worte ähm hier fehlt einfach das dach auch cool okay 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 we got no more no postman quick start oh no those were the only guys smut ahead of us you think he will sell he has no choice but to sell have taken away his protection okay gut also ich müsste jetzt irgendwie ein bisschen leben kriegen am besten wäre ein hotdog stand weil wenn ich jetzt einmal einen unfall baue und dann durch die windschutzscheibe fliege bin ich sofort tot dann bringt mir auch meine schussweste nichts mehr also meine kugelsichere weste holl's before they continue their association okay perhaps i will buy clubs of you as well you sell them to me them clubs is levers to the max already man i don't know if there's anything left to sell i don't care about other investors they will forget about that's if i'm involved some of these investors aren't the type to go away they aren't the type to play off either anyway it's not my place to sell i have a snake but tony's got the controlling ship ha ha of course boah was ist das eigentlich für ein auto wie heißt der perennial mpv oh 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 ja nein alter ich will einen hotdog bei dir kaufen boah ich dachte schon der rennt jetzt weg und kann nichts mehr machen ich brauch unbedingt voller hp für fünf dollar so mhm lecker essen ich hoffe das wird nicht doppeldeutig gemeint okay okay jetzt fühle ich mich auch wieder ein bisschen besser weil wenn man nur noch so ganz kleinen fitzel von der hp hat dann äh ja wird schnell unangenehm ah ja wie auch soll ich noch links abwiegen nein bitte müssen andere ich immer im weg rum fahren ups ah ja da haben wir es doch du hast gekommen denk mal was ich dir gesagt habe der offer wird nicht immer fair sein okay ich werde meine Begriffe zu Big Tony Komm schon! Das Spiel tatsächlich ja noch zu Ende. Gott, ich rede manchmal echt so undeutlich. Ähm... Ähm... Irgendwann erschießt da noch jemanden aus Versehen. Willkommen! Willkommen zur Party! Sit down! Sit down! Sure. Kann ich dir was? Einen Drink? Oh, etwas stärker. Ich bin cool, Bro. You know how to play the drums? We need a fucking drummer! I ain't your man, Bro. Sorry. You Spanish have the rhythm? Give us a fucking beat, man! You don't drum, Pat. You dance, don't you, Luis? You dance! I can dance, man, but not with you and him. That's a shame. You dance, Mr. B. Money. Doesn't dance the money. Doesn't dance, my friend. Okay, but you need some work, then. Wait! Wait! Listen! Ah, this is it! This is it! Hey, can you ask the ape to stop playing for a second? You want I should stick 50,000 dollar guitar up your ass? No, but I got some friends I can introduce you to if that's how you get your kicks. Oh, funny guy. Alright! Alright! Okay. You have heard about Liberty City. Rampage. The owner still will not accept my offers. I have been more than reasonable. You mean after you killed this special team of cops? It's weird. You want me to negotiate with him? No. The time for negotiations is over. Do what needs to be done in his boardroom. Send a message. Hey, I ain't a hitman, bro. I mean, I'll fight anyone. Do whatever. But I ain't a contract killer. The officers are in the ME TV buildings. Yet an end will not be easy. You'll have to find someone else, man. I mean, it's not my thing. I ain't qualified for that shit. I'm sorry. I wasn't discussing your career development. I was telling you, what to do. Now! Fuck off and go! Feier, Halle! Wait up, asshole! We're going to Eleport in Fishburne. Captain and I'm out of here! They have a system of BMW. They look like you're having fun! Mr A wanted me to keep watchable. Make sure you do it. They don't need no watchable! Mr A think you do. Oh, ich hab irgendwie das schlechte Gefühl, dass meine Festplatte bald voll sein könnte. Das wäre nicht so cool. Hm. Huiiii. Huiiii. Da kommt- Oh! Geweck, so. Geweck. 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 So. Das ist jetzt aber wirklich die letzte Mission. Die ich... Ups. Jetzt noch mache. Oh Mist. Ich hab einige Sachen vergessen. Also nicht im Spiel. Aber so zeitlich. Hm. Na ja. Gut. Also Helikopterlandeplatz mal wieder. Oh ja. Thema Radio. Ich will was anderes hören. Ups. Ist doch nicht mein Auto. Lass mich. Okay. Diese Busse sind auch cool. Damit kann man ewig rumfahren. Damit schafft man es glaube ich sogar aus einer Sechs-Sterne-Verfolgung zu flüchten wenn man gut ist. Wieso immer ich? Hallo? Ah ja. So. Ich muss immer auf den anderen warten. So. Da. Komm. Okay. Star Junction. Schön durch diese tollen Ringe durch. Oh. Alle geben mir mein Headset. Dankeschön. Ich hab schon eins. Dankeschön. Kannst du mir sagen, was der Plan ist? Ashfalee office ist in Meet TV building. Du bist nicht aus dem Grund. Du kommst aus dem Grund. Du kommst aus dem Grund. Aus dem Chopper? Great. Er ist nicht so schwer. Ich würde aber da ist die Chance, dass Ashfalee's people kommen für meine Familie. Back in den alten Ort. Und du bist nicht über meine Familie? Nein. Sag mir warum wir nicht nur auf dem Grund. Du denkst, dass sie das Chopper nicht auf dem Grund. Du musst in Silen. Wenn du in den Geburt gehst, ich gebe dir Instruktionen durch ein Headset. Du kannst die Aschlein. Du kannst die Aschlein. Die Message. Und die Geburt verlassen. Warum soll ich hier so eine komische Kurve fliegen? Das klingt echt schwer für dich, Chopper. Hm. Egal. So. Ich muss jetzt aber auch langsam machen. Ah ja. Spring raus. Hä? Wohin denn? Moment. F um aus dem Helikop... Nein, will ich noch nicht. Okay. Jetzt nur ein kleines Stückchen vor mir. So. Ah, da unten ist die Landezone. Jetzt seh ich's. Muss jetzt aber ein bisschen wegfliegen, weil... sonst schaff ich das von der Höhe her nicht. Dass ich da auch drauf lande. Ich flieg mal so ein paar Kurven. Ich glaub ich schaff's so oder so nicht. So. Zielzonen mäßig. So. Glaub ich nicht, dass das was wird. So. Okay. Gut. Das muss so reichen. Wups. So. Nein. Ja. Nein. Ja. So in etwa. Hä? Was sagt mir das jetzt? Wurde ich jetzt entdeckt oder nicht? Die können mich gar nicht gesehen haben. Die können mich doch gar nicht gesehen haben. Was ist das denn? Ist doch vollkommen lächerlich. Okay. Gut. Also sie warten auf mich. O. Mensch.